Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der UI-Kanal. Mein Name ist Gunnar und gemeinsam mit euch und Spongebob möchte ich heute drei verschiedene Überraschungseier auspacken. Wir haben natürlich ein Spongebob-Überraschungsei, wir haben ein Kinder-Joy und ein Spider-Man-Überraschungsei. Und wir fangen jetzt auch direkt einfach mal an mit dem Spongebob-Überraschungsei, weil Spongebob ist natürlich auch schon total aufgeregt und möchte wissen, was in diesem Ei drin ist. Und ich denke, Spongebob ist nicht der Einzige, der wissen möchte, was in diesem Ei drin ist. Die Schokolade kommt beiseite, die bekommt natürlich Spongebob später zum Essen. Aber das machen wir später, denn wir wollen erstmal wissen, was hier drin ist und... Hey, schaut euch das mal an! Ich glaube, wir haben einen kleinen Spongebob-Anhänger. Ihr wisst ja, ich habe schon ganz viele davon. So ungefähr 20 Stück mindestens. Der passt also sehr gut in meine Sammlung. Okay, was meint ihr? Wollen wir das Kinder-Joy öffnen? Ja, wir öffnen das jetzt einfach mal. So aufgeregt wie Spongebob ist, haben wir auch gar keine andere Möglichkeit. Okay, und wie immer packen wir die Schokolade einfach direkt zur Seite, um ganz schnell an das Spielzeug zu gelangen. Und was haben wir denn hier? Ich glaube, das sieht aus wie eine Figur aus dem Kinofilm Rio 2. Das Dschungelfieber. Ja, tatsächlich, von Rio 2. Ja, der Film ist ja auch nicht mehr so ganz neu. Er ist wohl aus dem Jahr 2014, glaube ich. Das hält uns aber nicht davon ab, die Figur jetzt einfach mal zusammenzustecken, um zu schauen, wie sie ausschaut. Ja, definitiv von Rio 2, dem Dschungelfieber. Was meinst du, Spongebob? Cool! Okay, packen wir jetzt einfach mal zur Seite. Denn wir haben jetzt noch das Spider-Man-Überraschungsei. Und wenn ihr regelmäßig ja meine Videos schaut, wisst ihr ja, dass Spider-Man mein Lieblings-Superheld ist. Natürlich neben Superman und Batman. Aber Spider-Man ist für mich etwas ganz Besonderes. Von daher kann ich kaum abwarten, was wir diesmal bekommen werden. Welcher ist eigentlich euer Lieblings-Superheld? Batman, Hulk, Spider-Man, Superman? Wen kennt ihr denn noch alles an Superhelden? Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Während ich mal schaue, was in diesem Überraschungseiher so alles drin ist. Okay, das ist der Flyer, der uns zeigt, was wir haben alles hätten bekommen können. Wir haben hier Aufkleber natürlich. Süßigkeiten habe ich schon rausgeholt. Und eine kleine Rassel mit Spider-Man drauf. Naja, okay, eine Figur wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber mit so einer Rassel kann man wenigstens ein bisschen Krach machen. Von daher ganz tolle Sache. Ich glaube, Spongebob gefällt die Spongebob-Schlüsselanhänger-Figur natürlich auch. Und die Rio 2-Figur war auch nicht verkehrt. So was war euer Lieblings-Spielzeug heute? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Ü-Ei-Kanal zu abonnieren. Mein Name ist Brunner und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Überraschungseier auspacken. Bis dahin!